Die Aspen Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss Die ganze Affenbande blüht, tremmet! Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affentante kommt von wem? Sie ist die Kokosnuss-Orgen Die ganze Affenbande blüht Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Ja, aber jetzt, oh! Ich sehe etwas! Ich glaube, die Kokosnuss sind hier irgendwo in diesem Saal Geht mal die Kokosnuss gesucht! Ich sehe dort vorne Ich sehe ihn auf der Treibühne Und wenn ihr eine Kokosnuss habt, dann kommt ihr vorne und bringt sie hier hin zur Rebekka Es hat überall sein 13 Kokosnuss verteilt in diesem Saal Super! Oh, da sind zwei! Müssen wir ihnen zählen! Immer Rebekka und David! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Oh, da kommt ein starker, kleiner Bub da mit so einem! Hier kannst du sie bringen! Gut! Gut! KÖKÖN Dann kommen alle Kinder nach vorne, ich sollten unsere Reisen Schnell nach vorne springen NICHTST Wissen Sie was ich gesehen habe? Eine Kokosnuss, ist nicht an den Boden geliebten Eine Kokosnuss ist unter einem Asthau geklappt Ja, und zwar beim Kuno. Hey, also, ich denke, der Kuno ist ein bisschen beantwortlich, dass die Kokosnuss da sind weg gewesen. Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss geklaut. Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss geklaut. Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss geklaut. Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss geklaut.